Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu... Unten, unten, oben, oben. 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Unten, unten, oben, oben. Hahaha, ich bin so witzig, DJ. Kurze Anekdote, ich hab irgendwann... Ich glaub, die... Vorgestern oder so, hab ich mir ein Arnold Schwarzenegger-Video angeguckt. Eben, ähm... Schwarzenegger! Mann! Entschuldigung, du hast das so geil gesagt. Ach, fickt euch doch! Schwarzenegger! Schwarzenegger! Ja. Okay. Alles klar, also. Rote Fuck! Und mit so allem fahr ich durch die USA, ja? Das musst du mal geben. Boah, tatsächlich. Ketten hab ich auch wieder, äh, angelegt. Weil du als letzter nach Frankreich gefahren bist. Was? Boah. Alter, Jay. Christian, äh, Peter, Bram auch. Peter, Bram. Wer, wer denn jetzt? Okay, also. Sepp oder Chris? Das. Sepp. Es ist ein strahlender Nachmittag. Boah. Es ist noch so ungefähr ein... Sind wir jetzt in Tschernobyl? Ha. Alter! Hohohohohohoho. Ich bin Seehund, ich kann in die Hände klatschen. Äh, 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 äh. Johnny, Johnny, da kann ich nur springen. Äh, 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 äh. Boah, wie behindert ihr seid! Boah, Adi reizt gerade so geil, Christian! Hahaha Scheiß, das Gehirn, Adi Humor für 10-Jährige, Adi Humor für 10-Jährige Adi kriegt es gerade richtig in den Arsch Also ich muss halt schnell Aber Christian steht auch richtig auf Facesitting Hahaha Aber ich rubbel nur über seinen Arsch drüber Ich setz mich gar nicht richtig da drauf Stopp Das war jetzt genug Scheiße Schade Der ist aber geil eingeniggert Hahaha Hahaha Scheiße Hahaha Oh man Oh man Oh shit Das kann man aber nicht Fuck, Uwe Scheiße Schäde Oh shit Oh shit Das müssen wir mal definieren Was heißt das denn? Nee, das müssen wir nicht definieren Das müssen wir nicht definieren, ey What the fuck? Was ist mit mir? Wenn wir dann beispielsweise zu einer Bühne müssen oder so Klar, können wir auf jeden Fall mitkommen Und dann danach gibt es sowieso irgendwie Autogramme und Unterschriften Äh, ja, Autogramme und Unterschriften, Jay Ist das nicht toll? Wir machen beides Ich setze sie dann unter eure Verträge Die geben wir dann, äh, einheims Wie? Unterschriften Was? 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 Ja, wenn ich dann ne Waschmaschine kaufen soll oder sowat Oh Gott Oh, Freunde Das ist quasi Das ist quasi Scheiße Äh, 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 äh Ich überleg gerade, was zockst du denn? Das ist wie zum Rasenmäher, ey Das ist quasi als wenn du ne, äh, äh, kampferprobte Graue ziehst, Peter Das ist der Knappe Ah, okay, ja, das ist richtig weh grad Ja, Mensch, ey Bram ist es, Bram hat ihn eigenständig zertötet Ja, das ist auch Jake Bram ist es Bram ist es, so hat von 100 Prozent Ja, aber er hat es zertöte, aber ich muss fliehen Von dem Christian, da ist Bram Ich bleib da unten, dann ist alles cool Alter, was ist denn zertöte Bram ist es, Bram ist es Wir haben nicht mal eine Karte Wir haben doch gar keine Karte Ja, aber in der Taverne hängt vielleicht In jeder Taverne hängt da irgendwo eine Karte rum Weißt du, wie teuer Karten sind? Doch nicht Nein, meinst du nicht? Nein Wir müssen Graham aufsuchen und verkloppen Wer ist das? Die Karte klauen Der von Gothic 2 Der Kartenmacher Die andere Sache ist, wir haben ja jetzt gerade kein Ziel Also können wir uns ja aussuchen, Morin So, Start Leichtes Level läuft bei uns 99 Was ist denn gar nicht? Also mit leicht dachte ich Alter, das ist ein Scherz Boah, da werde ich direkt unscharf Denk mir so Boah, ist das ein geiler Tag heute Richtig nice Richtig nice Und gehe mit richtig guter Laune Richtig nice Richtig nice Du meinst du einen geilen Lippel draus machen Na Richtig nice Zu Zu Ähm Wieso alles so gespannt? Guck mal Die Szena hat mir genau so Ich weiß nicht Kenn ich die Räume der Person Du musst unbedingt mal zu einem Neurologen Ohne Spaß Ich weiß nicht Danke Der Kee mit новых Keft Wo? WohohoOh Gibt ihm einer Einfach komm Hey, ich bin lustig Hallo Und charismatisch Charismatisch vor allen Dingen Ich brauche es Sex haha Ich bin der nicht Aaaaaah Was war das gedacht? Aaaaah Aaaaaah J Was hast du am Wochenende gemacht? Ich habe Formel 1 aufgenommen Das haben wir am Freitagmorgen um 10 Das ist ein Wochenende Freitag ist für Wochenende Freitagmorgen um 10 ist für die meisten Leute Wochenende Ja klar Und der nächste Freitagmorgen um 10 Wochenende Freitag ist in der Regel tatsächlich bei uns Wochenende Da wir Freitag nie Aufnahme haben Das ist absolut korrekt Aber für den normalen Zuhörer ist Freitag kein Wochenende Weil Freitag gehört auch nicht zum Wochenende Meiner Meinung nach Meiner Meinung nach auch nicht Moment Wie soll ich das denn jetzt in 140 Zeichen bringen? Ich will Brab mal ein paar Probleme machen Da klappt mir der Kopf weg Um 13 gewonnen Das war eigentlich ganz gut Gegen Polen Ich kann mich mal erinnern als die damals hier Die polnische Zeitung Den Kopf von Jogi Löw Und so weiter gefordert hat Das war doch bei RGM oder? Apropos Holland hier Beziehungsweise EM Ohne Holland Wo kam denn jetzt Holland her? Nein Ich hatte gerade einen Apropos Holland Nein Ich hatte einen Dreher Ich hatte einen Dreher Ich hatte einen Dreher Ja ist ja auch klar Weißt du Ja Davon waren vielleicht zwei Ne davon Ja richtig Davon Ja 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 Nice Da bin ich noch explodiert Da bin ich noch explodiert Es ist da immer noch eine Ich dachte das wäre ein Blindgänger oder sowas Als er einen kleinen Wurm gefickt hat Da ist er dahin geflogen Oh lol Das habe ich nicht gesehen Oh was ist das denn? Fuck einfach nur Komm schon Ja komm schon ey Ja weil du kacke bist und arbeitest das Spiel jetzt schon wieder scheiß Dann führst du nicht und hörne Miene erstmal drauflaufen Ich habe schon die 1 ein Wir haben noch 10 Minuten 10 Minuten in der Aufnahme Boah der stinkt alter Boah Wie viel da hinten? Boah 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 Ich hatte 2000 Stickgold zusammen Dann kriegst du nix equip Säult Ausgeburt der Schatten Da seid ihr auch alle Ich werde es in die vernünftigen Branden Wong Boah Du bist schon echt schwer behindert Boah Boah Wenn ich den den kank laugh Aal Aal Ich spiel Grün Xander Uhh Sub Aber Boah OOOOOHHHHH Jetzt schon wieder Bock zu kicken Was würdest du dir? Gelb Das ist aber schön, sag mal Schnittchen Meinst du, man kann auch Nein, nicht kicken Christian Nicht kicken, halt dich zurück Nein, da kann er nicht wieder rein Ich kann da nicht wieder rein Der ist immer noch der Aufnehmende Ich hab gerade schon vergessen Voll am Abusen hier, weil der macht, dass ich aufnehme Wie viele Karten ziehst du? What the fuck machst du da gerade? 6 Karten Ja, ist doch absolut korrekt Bist du eigentlich behindert oder was ist hier los? Kannst du mal vernünftig spielen? Bei solchen Leuten scheint die Hitze auf Kopf zu schlagen Ja, ich glaub uns allen Schaut euch das an Leute, ich hab die Erektionsstörungen Juhu